Kaum schaut man mal nicht hin, zieh mich ja ab, aber das klappt ein bisschen im Hals. Ja, in Ruhe. Komm mit Zankl. Hi, ich bin der Zankl und heute zeige ich euch, wie man sich ganz schnell und günstig Sambal-Urleg selber machen kann. Gibt es auch zum Kaufen, aber selber machen ist halt eigentlich immer geiler. Dafür brauchen wir eigentlich nur vier Zutaten. Einmal circa 200 Gramm kleine rote Chilis, da ist es eigentlich relativ wurscht, ob Rabbit, Thai, Bird-Eye, Thai-Dragon. Hauptsache eben die ein bisschen kleineren. Ich sage jetzt mal, haben die 50.000 Skorille etwa irgendwo rum. Dann haben wir einen Teelöffel Weißwein-Essig, könnte ein bisschen mehr geworden sein. Zwei Teelöffel braunen Zucker und zwei Teelöffel Salz. Genau, jetzt sind wir auf die Seite. Dann fangen wir mal an. Ich habe die Chilis jetzt frisch gewaschen. Hey, was ist da? Hey, brauche ich auf. Die schnitzel ich jetzt klein. Kontrollier schon mal, ob die irgendwelche fauligen Flecken haben oder so. Und schneid sie einfach mal klein. Ich würde jetzt da so vier, fünf Stücke draus machen, ungefähr aus einer. Das sind nur zwei Rechte. Weil mit Chilis im Auge ist es uncool. Und wenn man das ohne Handschuh macht, kann man eigentlich darauf warten, dass das passiert. Und der Auge ist noch mit eine der harmloseren Sachen. Noch eine Schale für den Müll. Zum Sambal Olek per se. Kommt aus Indonesien. Ist von Indonesien dann nach Malaysia rüber geschwappt. Eigentlich auch in allen anderen asiatischen Ländern wird Sambal Olek benutzt. Jetzt sind wir allerdings schon beim ersten Fehler. Sambal Olek ist schon zu weit gegriffen. Eigentlich heißt die Chilipaste an sich Sambal. Und es gibt da verschiedene Beinamen, die dann eben über die Zubereitung und über die Inhaltsstoffe von dem Sambal Auskunft geben. Bei Sambal Olek oder Ölek oder Ulek, je nachdem wie man es richtig ausspricht, ist es nämlich so, dass das Sambal eben diese Chilipaste ist. Und das Ölek, beziehungsweise ursprünglich eben das Ulek, ist das indonesische Wort für Stößel. Also so, dass das eben im Mörser klein gemacht ist. So viel zur Zubereitungsart. Kann man natürlich auch mit Pirierstab oder mit irgendeinem anderen Häcksler machen. Genau, dann gibt es zum Beispiel noch Sambal Asli. Das ist mit Knoblauch. Dann haben wir Sambal Bawang zum Beispiel. Das ist mit frischen Zwiebeln noch dazu. Na du Sau. Dann haben wir noch Sambal Pedis. Das ist dann ein noch schärferes Sambal. Und dann gibt es noch Sambal Setan. Klingt schon ein bisschen nach Satan. Heißt auch Teufel. Und das ist dann das sehr scharfe. Sprungen wir hier an der Stelle mal vor. Das dauert noch eine Weile. So, schaut jetzt so aus. Die kommen jetzt in den Topf mit Wasser auf die Herdplatte. Ja, mal zur Menge des Wassers. Im Endeffekt so, dass sie halt gerade so bedeckt sind. Kommen wir die mal da rein. Und kochen die dann auf. Deckel drauf. Die Maschine an. 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 Wir kochen das jetzt einmal auf. Das sollte auf der Inuktionsplatte eigentlich für dann so zwei Minuten funktionieren. Dann lassen wir das Ganze so zehn Minuten vor sich hin simmern. Also so auf mittlerer Temperatur, sodass sich trotzdem immer noch ein bisschen was bewegt da drin. Dann sollten sie schön weich sein. Dann sehen wir uns gleich wieder. Kürze Zeit später. Wir kochen jetzt. Und jetzt gehen wir ein bisschen runter. Kaum schaut man mal nicht hin. Ich gebe die Schoße über. Die 600 geht noch ziemlich ab. Aber das ist ja halt in Ordnung. Machen wir 400. Das passt schon. Einmal putzen. Platz ein bisschen im Hals. Ja, Ruhe. Kochen mit Zanker. Dann mache ich dem Gerät mal aus. Ich hoffe, ihr wirst es zu schätzen. Wir haben ein bisschen dekoriert. Ein bisschen weihnachtlich. Dann brauche ich jetzt den Seier. Den Dampf fliegt nicht unbedingt einer ab. Und das brennt der Ring. So, und dann gieße ich jetzt den ganzen Schund hier rein ab. Der Gerät weg. Da, soweit geht das Ganze was raus. Mörser. Auch ein Glas, wo wir das Ganze Zeug dann reinmachen. So, kurze Denkpause. Dann teilen wir das doch auf zweimal auf. Ich habe jetzt extra grobes Salz genommen. Weil Salz halt immer beim Mörsern immer den Effekt hat, dass es beim Zerkleinern weiterhilft. Weil das schneidet sich dann quasi doch das Ganze Zeug durch. Ich hoffe, dass die jetzt schön weich sind. Und, wie immer, das ist so das absolute Grundrezept. Man kann sich da mit Knoblauch spielen. Man kann schärfere Chilis nehmen. Man kann mildere Chilis nehmen. Die haben teilweise getrocknete Garnelen drin. Ganz wildes Zeug. Da könnt ihr euch auch durchprobieren. Aber ich mache jetzt einfach der Einfachheit halber eben das Grundrezept wieder. Gut, dann. Ja, also Pürierstab wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Alternative. Also Fazit ist, mit dem Mixer kriegt man die heute wahrscheinlich wesentlich besser kleiner. Das hat jetzt hier eher so gemisch funktioniert. Salz. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Zucker, je nachdem, wie es halt einem schmeckt. So, der Schwung noch. Schöner wird's nicht. Dann haben wir jetzt noch die zwei Teelöffel Zucker rein. Und den Teelöffel Essig. Da kann man, wenn einem die Konsistenz noch nicht so taugt, also entweder anfangen schon mal ein bisschen weniger rein tun oder im Nachhinein ein bisschen mehr. Ist schon ein ziemlicher Barz. Klingt geil. Man kann Zitronensaft noch rein tun. Bisschen säuerlicher. Man kann noch irgendwelche Gewürzen und Kräuter rein tun. Das ist tatsächlich was sehr Experimentelles, das Sambal-Zeug. Wer sich jetzt fragt, wozu man das isst, also das kann man wunderbar essen zu generell erstmal allen asiatischen Gerichten. Da wird's hauptsächlich wie so ein Dip verwendet. Man kann's aber auch zum Raclette mitessen, zum Fondue als Soße. Man kann's halt zu allem essen. Das ist eigentlich wie ein scharfes Ketchup, mehr oder weniger. Dann füllen wir das Ganze mal in ein sterilisiertes Glas. Sterilisiert, insofern 10 Minuten in heißem Wasser aufgekocht. Am besten ein bisschen Essig-Essenz rein, weil dann kriegt er keine Kalkflecken. Da passiert euch nichts mehr, wenn ihr sauer gearbeitet habt. Also zumindest eine Weile nicht. Haltbar ist es im Kühlschrank, so hauptsächlich zwei Wochen, weil wir jetzt doch mit frischen Cheese gearbeitet haben. Kann man wahrscheinlich dadurch verlängern, wenn man das Ganze jetzt einfüllt und dann nochmal so eine Dreiviertelstunde im Wasserbad nochmal durchsterilisiert. Man kann auch hinten raus oben noch ein bisschen Öl drauf tun, dass es eben luftdicht ist im Glas, weil das Glas nicht ganz dicht zugeht. Ich koche es eigentlich hinten raus eben nochmal einfach ab. Dann habe ich meinen Frieden und schaue, dass ich es relativ zeitnah gegessen kriege. Dann kann auch nichts passieren. Schauen, dass wir möglichst wenig Luftblasen in der ganzen Geschichte drin haben. Also wenn ihr es nochmal abkocht, mache ich es meistens nicht voller als unter dem Verschluss. Gescheit zudrehen und dann eben nochmal ins kochende Wasser stellen. Ja, ich mache es eine Dreiviertelstunde. Sicher, sicher. Dann sind wir fertig mit unserem eigenen Sambal Ölik. Und als Vergleich schaut gar nicht schlecht aus. Ah ja, und nochmal, es sind nicht die Kerne scharf, es ist die Plazenta scharf. Das ist das, wo die Kerne dranhängen. Darum werden Kerne manchmal scharf empfunden, weil dann eben das von der Plazenta hergestellte Kapseizin an den Kernen hängt. Aber die Kerne sind nicht scharf, die sind geschmacksneutral. Fazit ist einfach. Schmeckt geil. Ist scharf. Ha, schön sauer. Kommt gut. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Weiter fleißig abonnieren, bald haben wir die 1000 geschafft. Euch allen noch ein schönes Weihnachten, schöne Freitage und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.